Also das Medium der Fotografie beeinflusst, denke ich, auf jeden Fall, wie wir die Welt sehen, wie wir sehen, was uns umgibt. Ich arbeite oft mit Glas und Fotografie in Kombinationen, in verschiedensten Kombinationen irgendwie. Im Moment bin ich mit diesen Glasobjekten unterwegs und da geht es eigentlich um Träume und Wünsche. Jeder Mensch hat einen Traum, hat einen Wunsch oder viele Wünsche sogar für sein Leben und ich empfinde es als total wichtig, dass wir unsere Wünsche und Träume hochhalten und uns die bewusst machen auch und visualisieren, dass die quasi schon verwirklicht wurden und wie sich das anfühlt. Und das ist quasi die Aktion, mache ich mit den Menschen im Moment. Aus diesen Fotografien schneide ich dann jeweils diese, ich nenne sie Gedankensamen, aus und mache Collagen damit. Und es geht darum, dass eben, dass wir alles verwirklichen können, wenn wir das nur, wenn wir das nur wirklich glauben und auch uns so sehen und dass die Welt eigentlich wie so ein, das ist eine wirklich so eine Wunderwelt, so unendliche Möglichkeiten, glaube ich. Und da ist Fotografie zwar ein entscheidender, ein entscheidendes Mittel, aber es geht dann noch weiter, weil ich die eben ausschneide, Collagen damit mache, Wesen konstruiere und dieses, dass eben alles Konstrukt ist, steht für mich da im Mittelpunkt. Wenn ich mir Ausstellungen anschaue zur Fotografie oder fotografische Werke, Fotobücher oder was auch immer, dann interessiert mich immer am meisten, dass ich dadurch sehe, wie ein Mensch die Welt sieht. Also wie sieht eine Fotografin, ein Fotograf die Welt? Man sagt ja immer, die Dinge sind nun nie so, wie sie sind, sondern immer so, wie wir sind. Also letztlich ist jede fotografische Arbeit, gibt ja auch Rückschluss darauf, wie sieht jemand die Welt? Und für mich ist es auch wieder sehr philosophisch in dem Sinne oder fast schon buddhistisch, weil wir ja immer, also die ganze Welt, die wir wahrnehmen, ist einfach in unserem Kopf. Das ist unsere Projektion von dem, wie wir selber sind und nicht das, was tatsächlich ist. Und eigentlich geht es dabei fast bei mir um diese Ebene, obwohl das jetzt nicht das zentrale Thema meiner Arbeiten per se ist. Aber das interessiert mich am meisten, wie sieht jemand die Welt? Was an der Welt findet jemand spannend? Und was an der Welt findet jemand so spannend, dass er es als Motiv wählt für seine Fotografie oder für seine Arbeit? Und was zeigt es einem also auch zu lernen über die Welt? Mehr zu verstehen über das, was uns irgendwie umgibt oder über das Leben zu verstehen? Für mich ist die Fotografie, glaube ich, eigentlich eine Suche nach Erkenntnissen über die Welt, Weg, die Welt besser zu verstehen oder hinter so Geheimnisse zu kommen. Und das ist für mich die Bedeutung Fotografie. Für mich ganz persönlich ist das die, eine der zentralen Bedeutungen der Fotografie. Also unser Alltag ist ja in weiten Teilen von der Fotografie beeinflusst mittlerweile. Es ist ja überall. Jeder kann fotografieren. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Zeit, in der man Filme in eine Kamera einlegen musste, weil es digitale Fotografie eben noch nicht gab. Da war es weitaus schwieriger zu fotografieren. Man musste seine Eltern dazu zwingen, bitte jetzt den Film wieder zum damals noch Schlecker zu bringen. Und hat sich dann gefreut und darauf gewartet, dass die Bilder kamen. Und heute, wo es so einfach ist und wo jeder fotografieren kann und sogar in ziemlich guter Qualität mittlerweile mit den Kameras und den Handys, die ja wirklich mittlerweile sehr gut sind, ist es ja einfach überall. Und es ist ja eine Schwämme von fotografischen Bildern, die wir erleben. Ich glaube, uns werden halt ständig Bilder vorgesetzt. Uns wird ständig vorgesetzt, auch natürlich in der Werbung durch das Marketing. Es wird uns ständig vorgesetzt, was wir gut finden sollen und was wir nicht gut finden sollen und wonach wir streben sollen und was wir konsumieren sollen oder was schön ist und was nicht schön ist. Und ich sehe es als Herausforderung, aber auch als notwendige Herausforderung, der man sich stellen sollte, sich so weit wie möglich frei zu machen von dieser Bilderschwämme und seine eigene Sicht auf die Welt zuzulassen und seine eigene Sicht auf die Welt zu üben oder bewusst damit umzugehen, sich eine eigene Sicht zu erschaffen und nicht sich so sehr von diesen Bildern blenden zu lassen oder verführen zu lassen oder in eine Richtung drängen zu lassen, die uns vielleicht selber gar nicht entspricht, sondern die von außen auf uns quasi so draufgepackt wird. Also ich sehe es als große Herausforderung an, mit den vielen fotografischen Bildern in unserer Zeit jetzt richtig umzugehen, sodass es einen selber nicht von sich selber wegbringt. Dieser Glaube an die Fotografie und an das, dass das echt ist, was man sieht auf fotografischen Bildern, das hat sich natürlich total verändert, weil heutzutage glaubt das ja niemand mehr. Du kannst ja alles machen. Ich habe letztens auch gedacht, die Bilder von den Bechern mit ihren Zechen im Ruhrgebiet, die haben ja immer vor blauem Himmel fotografiert, dürften keine Wolken da sein. Da gab es keine digitalen Möglichkeiten. Heutzutage fotografierst du bei egal welchem Wetter, machst einen Wisch und du hast einen blauen Himmel, weil du es einfach sofort verändern kannst. Also es ist, glaube ich, viel beliebiger geworden und man glaubt es auch nicht mehr so sehr, was man sieht. Zum Glück, weil es ja auch meistens oder in vielen Fällen nicht dem entspricht, was man durch die Kamera tatsächlich sehen konnte. Also das Medium der Fotografie beeinflusst, denke ich, auf jeden Fall, wie wir die Welt sehen, wie wir sehen, was uns umgibt. Zumindest für mich war es so, dass die Beschäftigung damit, auch mit meiner Serie Lichtzellen, mit den Leuchterfotografien, meinen Blick auf jeden Fall geweihtet hat auf die Welt. Und das tut die Fotografie beständig für mich. Also ich habe das Gefühl, dass ich durch das Fotografieren viel genauer hinschaue, Dinge wahrnehme, die ich sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte und vor allem auch aus einer anderen Perspektive. Also mich interessieren immer Perspektiven, die jetzt nicht so üblich sind vielleicht und die uns eben auch die Vielschichtigkeit der Welt, also unserer, der uns umgebenden Welt zeigen. Das finde ich sehr spannend und diese Wirkung des Mediums ist auf jeden Fall eine, die mein Weltbild oder meinen Blick auf die Welt sehr verändert hat und auch nach wie vor verändert und da bin ich auch sehr dankbar. Also ich bin der Fotografie sehr dankbar dafür, dass sie meinen Blickwinkel beständig erweitert, dass sie mir neue Perspektiven schenkt und dass ich die Welt dadurch noch mehr, mit noch mehr Staunen eigentlich wahrnehme und mit noch mehr Ehrfurcht auch zum Beispiel die Natur wahrnehme, mit viel mehr Faszination eigentlich durch die Natur geht, durch den Wald gehe oder Wasser anschaue, egal was eigentlich. Das hat die Fotografie auf jeden Fall für mich getan und da bin ich ihr sehr dankbar dafür.